Musik Am Samstag, den 6. Februar 2016, lud das St. Franziskus Gymnasium und Realschule in Kaiserslautern herzlich ein in die Stützkirche zur kleinen Markmusik, welche ihren 25. Jubiläum hatte. Der Freundes-Eltern-Lehrer-Schülerchor, auch kurz genannt Felschor und das Große Orchester, spielten ein kostenloses Konzert unter der Leitung von Andrea Liese. Ein Dankeschön an dieser Stelle an das Pfarramt der Stiftskirche und an die Bezirkskantorin Berthe Stingsi-Bergmann, die das schöne Konzert ermöglicht haben. Unter anderem präsentierten sich viele engagierte Solistinnen der MSS 13 mit tollen Musikinstrumenten. Um 12 Uhr war es dann soweit. Viele waren gekommen, um das Konzert zu genießen. Ein Vierteljahrhundert kleine Markmusik des St. Franziskus Gymnasiums und der Realschule. Herzlichen Dank an die Stiftskirchengemeinde, dass wir auch in diesem Jahr wieder unseren musikalisch aktiven Abiturientinnen die Möglichkeit eröffnen können, hier in dieser wunderbaren Atmosphäre der Stiftskirche ihr Abschlusskonzert zu spielen und zusammen mit dem Großen Orchester und dem Felschor das zweite Halbjahr zu eröffnen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nun weiterhin viel Freude bei unserem Konzert, dessen Programm die Schülerinnen zum Teil selbst zusammengestellt haben. Die Stiftskirche Die Stiftskirche Die Stiftskirche Die Stiftskirche Vielen Dank. 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 Amen. 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 Amen.